Nina, du bist ja nun nicht nur Bootsfrau auf unserer MS Ichmuk, sondern auch Barkeeper. Was macht eine Barkeeperin dort? Eine Barkeeperin bei uns auf der MS Ichmuk arbeitet im Salon und ist dort für das Wohlbefinden der Passagiere verantwortlich und kümmert sich darum, dass es auch ungezwungenere Gespräche über die Reiseeindrücke gibt und postet da gelegentlich mal ein Fundstück aus den digitalen Gewässern. Und da wir ja nun viele Passagiere haben, haben wir natürlich auch eine zweite Barkeeperin am Start, nämlich Alexandra. Alexandra ist mit dabei und wie das bei Barkeeperinnen so ist, könnt ihr auch gerne uns dort eure Sorgen, die ihr in Bezug auf den Ichmuk habt, erzählen. Ihr müsst natürlich nicht abends zu uns in den Salon kommen. Ihr könnt auch, wenn ihr von der Reise erschöpft seid, direkt in eure Kojen gehen. Okay, aber wir freuen uns natürlich auf euren Besuch im Salon.